Ich bin die Franzi und ich bin die Vicky und wir beide hätten in Sonntal bei der Akademie gearbeitet. Genau und da dieses Jahr ja leider die Fanspiele ausfallen, haben wir ein kleines Video für euch vorbereitet und zeigen euch heute, wie man Wassereis selber macht. Also wir haben hier einmal für euch die Zutaten aufgelistet. Ihr könnt schon sehen, wir haben eine Menge Beeren, Himbeeren, dann eine gefrorene Beerenmischung und Blaubeeren und eine Wassermelone. Ihr könnt alternativ auch einfach die Früchte nehmen, worauf ihr Lust habt. Genau und dann braucht ihr noch so ein Zerkleinerer und halt bestimmte Säfte. Da könnt ihr auch wieder das benutzen, worauf ihr Lust habt. Aber wir benutzen gerade hier Orangen und Maracuja-Soft und auch Sprite. Und ihr könnt auch noch wahlweise Minze reintun, was wir jetzt machen werden. Und ihr braucht natürlich auch unbedingt diese Eis-Wasserschalen, um das halt einzufrieren. So, wir beginnen jetzt mit den ersten zwei Formen. Wir haben uns hier für die Beeren erstmal entschieden. Und zwar werden wir Maracuja-Soft und Sprite mit den Beeren mischen. Dazu werden wir jetzt die gefrorenen Beeren einmal in den Zerkleinerer geben und die erstmal ein bisschen zerkleinern, dass wir nicht so große Stücke haben. Und die halt besser auch reinpüssen. Also, wenn ihr euch auch dafür entscheidet, die Beeren zu zerkleinern, dann fragt auf jeden Fall bitte nochmal eure Eltern um Hilfe, damit nichts schief geht. Und wir haben jetzt einfach die Beeren hier reingetan und werden die jetzt einfach zerkleinern, um die dann in die Schalen reinzutun. So, so sieht dann das fertige Endergebnis aus. Man sieht, die Beeren sind schön zerkleinert. Wir werden die jetzt einmal rausholen und werden die dann anschließend in die Form geben. Okay, also wir werden jetzt in der ersten Form die zwei frischen Beeren da reingehen mit dem Maracuja-Saft und in der zweiten Form die gefrorenen, zerkleinerten Beeren mit der Sprite. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, in die dritte Form werden wir jetzt die Wassermelone reingeben und jetzt werden wir die erstmal schneiden. Und dabei ist noch wichtig, dass ihr gerne einen Erwachsenen fragt, ob er das für euch macht, weil mit einem scharfen Messer zu schneiden kann sehr gefährlich sein. Also, wir haben jetzt einfach die Wassermelone in kleine Stückchen geschnitten und die kommt jetzt auch wieder in den Mixer rein, um die zu pürieren. So, wir haben die Wassermelone jetzt schon schön klein püriert, wie man sehen kann. Wir werden sie jetzt einfach in die Schale reingeben. Dazu verwenden wir einen Trichter, damit wir nichts daneben schütten. Also, um das Wassermeloneis so ein bisschen frischer zu machen, könnt ihr auch einfach ein paar Minzeblätter nehmen, die einfach auch noch da mit reintun und dann wird alles noch ein bisschen frischer. So, kommen wir jetzt zu dem letzten Wassereis. Hierzu werden wir die pürierte Wassermelone nehmen, zur Hälfte auffüllen und dann noch ein bisschen Rohsaft dazugeben. So, wir haben jetzt die Form in die Gefriertruhe getan und die müssen da mindestens drei Stunden bleiben. Und wir haben schon ein bisschen Wassereis vorbereitet und das sieht dann ungefähr so aus. Genau, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim selber ausprobieren. Seid schön kreativ und ja.